was geht ab freunde herzlich willkommen zu einem neuen youtube video von mir heute mit einem banger spiel vierstuh fett im kapitel 5 ich muss nicht viel sagen ihr kennt die vorherigen teile alles banger gewesen und dieser teil ist mit abstand der beste teil meiner meinung nach ich quatsch nicht lange voll viel spaß mit dem video eine sache aber noch folgt mir auf twitch live unten ist alles verlinkt und dann würde ich sagen peace vierstuh fett im episode 5 woodbury getaway 8 dezember ich brauche kaffee um durch den restlichen tag zu kommen alles gleich arbeite in so einem büro und ich würde mal sagen wir stehen auf und holen direkt mal unseren kaffee hier okay die stimmung ist ja schon direkt düster schöne gegend aber das müsste eigentlich das müsste schweinfurt sein schaut auf jeden fall so aus ab in die küche aber erstmal wir holen uns kaffee hier ist meine ich habe hier so ein kaffee dings so ein kaffee dingsbums gefunden keine ahnung wie das heißt das stecken wir da rein genau ok wo ist mein becher es braucht wasser ok schön mit wasser füllen alles klar da ist aber noch nichts drin jetzt wie geil ist die animation der geil leute es gibt million spiele mit einer krasseren grafik aber bei diesem spiel bin ich irgendwie immer so faszinierend fasziniert ich brauche einen deckel ok kommen wir holen jetzt den deckel wo sind die deckel hier mein kaffee mein kaffee ist fertig und wir sippen jetzt lecker ich muss aufs klo alles klar wir trinken weiter ich bin glaube ich ein bisschen ich fühle mich zu wohl ein bisschen ja das kann immer sein dass es kann immer sein dass hier jemand ist aber egal wir laufen hier weiter so bin ich jetzt eine frau oder ein mann das weiß ich natürlich nicht ich probiere es mal in der frau toilette ich könnte es sich mit der tür soweit offen tun danke für deinen hinweis man hier diese art von smr gefällt mir gar nicht schritte schritte hier ist jemand und hier ist ein mann in der frau toilette was warum ist eigentlich mein kaffee noch da gute nacht du kleiner bro das spiel dicker das verdammte spiel geht gerade mal eine minute 55 warum kommt jetzt schon ein jumpscare entschuldigen sie madame alles klar ich bin eine frau darauf erst mal ein schluck kaffee das ist wasser aber auch egal ich wusste nicht dass sie hier drin sind ja erstmal smalltalk beginnen wie geht es ihnen nicht allzu schlecht madame ich war gerade dabei dabei meine ich komme ich habe gerade kopfschmerzen bekommen von dem jumpscare nicht allzu schlecht madame ich war gerade dabei meine reinigungsrunde zu beenden ich mag es so spät alles hier zu putzen dann ist es hier so schön leise sie arbeiten wieder spät was ja ihr jungen leute wisst wie man hart arbeitet aber denken sie auch daran auch an sich selbst sie auch bro aber wie perfekt schaut der bitte aus ne der typ hat mies geile zähne sie auch ich behalte dich im auge alter weil ich glaube du bist ein perverser oh mein gott der riecht der riecht safe an meiner scheiße sobald ich hier weggehe riecht er an meiner scheiße vertraut mir weil ich habe vergessen zu spülen und meine hände habe ich auch nicht gewaschen aber ist egal so wir trinken weiter an unserem kaffee was muss ich jetzt machen ich war fertig damit ok wisst ihr was das ist meine rache bastard ich denke mal wir müssen wir würden jetzt feierabend machen oder Telefon Telefon erst mal gucken ob hier jemand ist ok keiner beobachtet mich Punkt 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 ok wer ist da hey Harp hier ist Mike hey Mike ich habe dich versucht die letzten zwei stunden auf dem handy zu erreichen es geht aber immer nur die mailbox ran ist alles in ordnung ja mein handy spinnt zur zeit ein wenig ach so ich habe langsam gedacht dass du mich ignorierst peinlich berührtes lachen nein vorhin ist auch bei einem kunden passiert wir haben den stalker leute wir haben den fucking stalker ich mach doch nur spaß wie dem auch sei was machst du immer noch in der arbeit langsam wird es echt spät spät wir haben den fucking wir haben den stalker die arbeit überwältigt mich in letzter zeit ein wenig nur mehr über schon kommen wir sagen nur mehr über schon verdammt das hört sich hart an wie gut dass ich angerufen habe um dich aufzumuntern also wegen unserem ausflug hattest du schon zeit das ferienhaus zu buchen ich will dich echt wiedersehen und nora ok ich habe eine tochter nora ist wahrscheinlich meine tochter und wir haben mein airbnb gebucht so mäßig wer war da da wird so einiges schief laufen das sage ich euch jetzt schon ich sag nur eins die putzkraft da hinten das ist nicht der einzige der aber in der scheiße riechen wird ich wollte es nach der arbeit machen keine sorge harper ich will dich nicht weiter stressen solange du es heute nacht buchst wird schon alles klappen ok hey hey ok was was ich habe gedacht weil wir ja beide in der in der in der selben stadt wohnen dass du mich mitnehmen und wir zusammen fahren könnten es wäre schön ein bisschen was aufzuholen ein bisschen spritsparen und die guten alten zeiten noch mal aufleben lassen weißt du ein wenig hike und sydney zeit bevor nora dazu kommt also ich weiß nicht worauf das jetzt hinausläuft aber bro was will der von mir ich dachte das wäre gerade mein mann super tja dann lass ich dich mal deine arbeit machen ich glaube das ist nicht mein mann das ist irgendein typ mit dem ich befreundet bin oh warte eine sache noch wenn du das ferienhaus buchst denk bitte daran dass es unter 100 dollar per nacht bleiben sollte nora und ich haben gesprochen und sie hat mir erzählt dass ihr budget nicht besonders groß ist in letzter zeit ist es nicht so gut bei ihr gelaufen ah ok nora ist nicht meine tochter sondern das ist halt wahrscheinlich eine freundin ich denke ich liebe ich lege auf der scheiß auf den junge wer bist du alter dass du mit mir so reden kannst Hurensohn alles klar wir gehen nach hause oder ich musste die hütte buchen ah ok das muss ich am pc machen ok wartet wir buchen noch mal schnell was soll ich hier eingeben äh was soll ich eingeben ich glaube ich rate mal rent äh car cabin.com also diese internetseite kenne ich vielleicht gibt es hier auch die internetseite no way dicker das hat funktioniert spaß es wurde automatisch so geschrieben ich war das nicht where are you going woodbury ah jetzt ergibt alles sinn 350 dollar die nacht peaceful cabin area leider ein bisschen zu teuer 249 dollar die nacht das ist es aber oh mein gott das hat 2 von 5 boah das kommt das ist das ist richtig scheiße ich brauche aber eine für 100 dollar die nacht ja oh nein private cabin in woodbury hier 99 dollar oh mein gott wir müssen wir müssen uns das wohl buchen ha komm wir buchen das ist aber es schaut aber trotzdem sehr schön aus kann man machen kann man machen your booking has been confirmed perfekt print hey ich gehe mal davon aus dass du hunderte wenn ich sogar tausende geschichten täglich geschickt bekommst also gebe ich dir eine schnelle erklärung über das was mir passiert ist ey leute jetzt kurze gänse kurz gänsehaut moment ja ihr dürft nicht vergessen diese spiele beruhen auf wahrer begebenheit jeder kann denen die geschichte erzählen quasi tut mir leid falls einiges komisch klingt aber ich hatte es eilig als ich in meinen frühen zwanzigern war habe ich in meiner stadt in einem großen beratungsunternehmen gearbeitet das leben in der firma war eine konstante mischung zwischen stichtagen klientenmeetings und versuchen meinen wert zu beweisen wegen nicht viel raum für freizeit und ein sozialleben blieb weswegen das unternehmen bezahlte gut klar aber der preis war mein geistiger frieden ich bin sydney harper und diese geschichte fand an einem dieser tage statt einer meiner college freunde mike schlug vor dass wir für ein wochenende ein ausflug ins ländliche vermont unternehmen ok das ist mike mit dem wir telefoniert hatten was sich anhörte wie die perfekte pause vom zyklus der arbeit und meine andere freundin nora war schnell mit an bord ok nora ist die freundin dreier ok das wird ein spiel wo es einen dreier gibt geil der plan war einfach wir mieten eine kleine hütte wir beenden unsere schicht früh am freitag gehen und sind am montag wieder da also übers wochenende mike kam um mich abzuholen zwei tage später wie viele wochen hat ein tag dicker zuerst habe ich meinen koffer im aufzug vergessen aber wer ist das jetzt kommt er mit ok wir haben hier ein paar nachrichten hi sydney danke für deine buchung meines hauses in woodbury vom 10 bis zum 12 dezember warte mal was passiert hier wer ist das was das ist harper ok das ist mike du riechst nach kolibri du umarmst leute immer noch so warum umarmst du mich nicht so als ob du mich vermisst hättest war nur eine test umarmung um so zu sehen wie du riechst ha ok das ist fair aber für das protokoll ich habe extra für dieses treffen geduscht für sydney harper bin ich mir nichts zu schade ach komm her komm her komm her ja du riechst nach scheiße du siehst gut aus wir packen den in die friendzone danke dass du mich mitnimmst ich hätte es nicht anders gewollt es ist schön gesellschaft für die fahrt zu haben bei diesem alten truck kommen erinnerungen hoch ja oder der alte hund hat schon so einiges durchgemacht du kannst deine sachen einfach hinten reinschmeißen und dann fahren wir los alles klar ok warte ich will aber erstmal noch die nachrichten lesen einzelne chat soll ich seine füße lecken wenn ich die möglichkeit dazu habe alles klar wir lesen uns erstmal die nachrichten hier durch also das ist der von airbnb hi sydney danke für deine buchung meines hauses in woodbury vom 10 bis zum 12 dezember ok also wirklich übers wochenende ich bin rick dein gastgeber lass mich wissen wenn du irgendwelche fragen hast und kontaktiere mich gerne falls du etwas über den tag brauchst ich freue mich darauf dein gastgeber zu sein danke rick wir sehen und wir freuen uns schon nur nochmal zum mitschreiben check in ist um 15 uhr richtig ja das ist richtig der schlüssel wird in einer schlüsselbox bei der haustüre sein der code ist 5176 merken chat ruf mich an falls es probleme mit dem öffnen geben sollte habt eine sichere reise super vielen dank wer ist jetzt hier michael j carter oh da sind viele nachrichten hey harp wie gehts dir so mike ah ok mike ist das ich bin echt so müde ich war gerade dabei mich schlafen zu legen was ist gut nicht viel ich halte mich übers wasser mein freund wie ist die arbeit in der neuen firma fast genauso wie bei meinem alten job ich codiere um mein leben aber die bezahlen mich wenigstens besser wie dem auch sau ich habe über unser gespräch von vorhin nachgedacht oh mike als ob ich das nicht wüsste mal wegzukommen hört sich nach spaß an aber es ist auch so viel arbeit alles einzupacken und für das wochenende wegzufahren ich werde sowieso nur an die arbeit denken die währenddessen im what hör dir mal selbst zu harp wir werden hier über einen netten entspannten wochenendausflug und du denkst nur daran wie du wie was was passiert hier seit jahren hatte ich schon keine richtige auszeit mehr mike ich weiß noch nicht einmal wie man sich richtig entspannt ich arbeite den ganzen tag und wenn ich nach hause komme dann denke ich daran wie viel arbeit ich hätte schaffen sollen aber leute wieso beenden die nie den satz und das ist genau der grund wieso du kommen solltest sieh es mal so sydney harper du bist wie eine batterie voll mit energie und produktivität aber was passiert wenn eine batterie zu lange läuft sie verliert an ladung also müssen wir dich mal wieder ans ladekabel hängen nach dem wochenende kommst du mit mehr energie zurück denn je ich wette du hast 20 prozent mehr produktivität komm wer weiß vielleicht dankst du mir später dieser bastard will einen blowjob von mir und noch dazu nora freut sich wirklich total es wäre wirklich nicht dasselbe ohne dich alter das ist sowas von ick wenn man so ein smiley schickt ich will michael tot sehen sorry bin gestern einfach eingeschlafen man in ordnung ich melde mich bei der personalabteilung und gebe dir dann bescheid das war alles noch bevor sie gebucht hat ne lass die zeit hab aber denk dran egal wie du dich entscheidest wir sind da für dich mike ist so eine fucking red flag alter bei deinem handy geht gleich die mailbox ran ist alles ok ruf mich zurück langsam mache ich mir sorgen habe es gerade gebucht schaust du überhaupt auf dein handy ruf mich bitte zurück mike mike was ist mit dem los der ist bei zwei frauen in der friendzone bei mir und bei der anderen da ich habe jetzt feierabend alles klar ich gehe dort hin fahre gerade in die parkgarage bist du schon unten ok und hier ist er auch schon ich bin echt weit gelaufen alter nur um diese nachrichten zu lesen so schmeiße einfach deine sachen hinten rein und dann lass uns los ja bro aber was ich habe doch gar nichts da im aufzug oh ok ok mike du bist der gentleman mach mach mike hat gelernt wie man aus der friendzone entflieht gut gemacht du musst mal du musst mal auf die frau scheißen alles klar hab bist du bereit loszufahren lass uns loslegen warte mal warte mal wo ist nora wir treffen uns dort ok voll komisch dass wir nora erst dort treffen ja irgendwie es hat alles so einen komischen beigeschmack die route durch die stadt wäre für sie sowieso ein umweg gewesen ok na gut alles klar ich habe irgendwie so ein gefühl diese nora ist nicht dabei der bruder will mich klar machen ich spüre es ich spüre es er will unbedingt meine fußnägel kauen weiter gehts 4 uhr 26 es begann zu schneien wow sehr schön kurzer lag tut mir leid digga guck mal auf die straße bitte ok ist es nicht komisch hab wir haben immer davon geträumt von college weg zu gehen jetzt sind wir hier versuchen vom leben das wir leben wollen weg zu laufen lustig wie das funktioniert veränderungen sind schwer zum beispiel so wie sich einen neuen job anzupassen wie läuft dein neuer job wir arbeiten an diesem projekt welches ki benutzt um trends voraus zu sagen ziemlich innovativ hört sich so an als würdest du die zukunft schaffen zwar noch nicht tony stark aber ich nehme es an weißt du ich habe nie verstanden was berater eigentlich machen wir beraten das hört sich an wie hey guck mal bitte guck auf die straße du bastard wir sind fast gestorben ich habe es doch gerade gespürt wichtige arbeit warte kurz rick hat mir geschieben wer ist rick vermisst du manchmal college hub nur das essen in der kafeteria oh man ich vermisse diese tacos ja chill mal ah der rick ist der von der kabine äh von der von dem haus es ist schon fast 17 Uhr und ich habe noch immer was war da was war jetzt so schlimm an einem schulbus rick bitte chill mal digger so viele männer wollen was von mir hört mal auf was gesehen da da war ein schulbus vielleicht ist es ein schulprojekt vielleicht hat jemand die idee gehabt ihn in ein tiny home auf rädern und funktioniert oder sowas ich habe darüber schon mal im internet gelesen hm ok warte mal was schreibt der jetzt es ist schon ach digger überfallen doch einfach oh verdammt das war knapp weißt du ich habe in der amerikanischen digger er digger er hat ein fucking Rehfass überfahren und labert mich wieder irgendwas voll mit irgendwelchen komischen Storys man ich habe in der amerikanischen Geschichte gelesen dass ein Reh im Wald zu treffen ein Zeichen des Universums sei bei Game of Thrones vielleicht dass du der König wirst aber nicht sowas alles klar nur Game of Thrones Zuschauer wissen was ich gerade gemeint habe ok es ist schon fast 17 Uhr und ich habe noch immer keine Bestätigungsnachricht von dir bekommen ich wollte bloß mal nachchecken ob alles in Ordnung ist die Straßen nahe Woodburg können ein bisschen gefährlich werden wenn man sich dagegen nicht auskennt bitte lass mich wissen wir sind auf dem Weg und sollten ungefähr 18 Uhr da sein der Schnee hat uns ein wenig ausgebremst ok sind wir überhaupt schon nah ja sollten noch ungefähr eineinhalb Stunden sein boah jetzt erstmal noch eineinhalb Stunden fahren weißt du ich muss mir diesen Scheiß eineinhalb Stunden jetzt zu anhören ne durch den Schnee fahren fühlt sich irgendwie an wie durch das Universum boah du kleiner Hurensohn wert Mann guck dir an wie die Schneeflocken an den Scheinwerfer lang fliegen Bro denkt ey cello Abi so wie diese Sterne und Galaxien die in uns vorbeirasen ja komm halt dein Maul und fahr einfach wir machen mal das Radio an damit er seine Fresse hält es hört nicht auf es ist irgendwie schön mach die scheiß Musik an oh Gott sei Dank Gott sei Dank Rick Rick war der Besitzer vom Haus was wir gemietet haben Schöne Musik aber wirklich schöne Musik 5.14 Uhr ok eine knappe Stunde ist vergangen alles klar wir sind in Woodbury kann ich bitte diese Scheiße hier anmachen bitte Radio an bevor Yo Harp schau dir das an Mo's Pizza oh ja können wir essen ja wir gönnen uns eine Pizza Leute kurze Pause Digga wie sitzt der eigentlich im Auto voll lustig weißt du Harp ich muss dir sagen diese neuen GPS Systeme sind etwas besonders die Pizzeria ist genau dort wo sie auf der GPS Karte angezeigt wird ja so sollte es doch sein ich bin so hungrig ich glaube ich könnte eine ganze Pizza alleine essen ich auch na gut Harp Operation Pizza oh mein Gott oh mein Gott sagt er wirklich Operation Pizza er ist so ein komischer Typ wirklich also wenn ich den einem blase im Spiel ich weiß jetzt nicht ich weiß ja nicht ob das so gut ist bereit zur Landung ok Leute ganz kurz der sitzt übrigens so wie wenn man gerade Führerschein macht der sitzt so richtig im Auto so richtig gerade oder Lenkrad schön 10 Uhr 20 oder nee 10 Uhr 10 10 Uhr 20 wäre gottlos Oh Oh Gentleman Oh Gentleman Dankeschön komm rein das brauchst du mir nicht zu sagen Halt doch einfach die Tür auf musst du alles kommentieren danke was was macht er ok ok wir labern erstmal alle voll bevor wir hier eine Pizza bestellen hey wie läuft der Tag wer bist du wie wer bin ich wer bist du ich bin Sidney schau Sidney oh Gott Direkt Beef wir sind nur hier um unsere Pizza in Ruhe zu genießen danke fürs Verständnis boah diese Bitch diese Bad Bitch ich hoffe ihr genießt euer Essen wir machen die Scheiße aus ey man ist alles ok bei dir sind die Übungen dafür da damit du dann richtig gut scheißen kannst oder was hast du da gerade gemacht hey oh mein Gott ey ist richtig komisch wie ist dein Tag so es geht mir nach dieser Pizza viel besser danke der Nachfrage was ist mit dir Leute sowas funktioniert nur in Amerika ne in Deutschland würde er nicht mal antworten super wir sind das erste Mal in dieser Gegend wo geht ihr hin wir sind auf dem Weg zu einer Konferenz in der nächsten Stadt mit meinem Kumpel hier hey Bad wir halten einfach an wenn ein Ort interessant aussieht dieser Ort fühlt sich definitiv sehr gemütlich an bis jetzt die beste Entscheidung des Ausflugs was ist mit dir wohnst du hier oder fährst du einfach hier lang wir fahren zu einer Hütte in Woodbury na direkt sagen direkt sagen wo wir hingehen Woodbury sagst du wir sind an einem Schild mit diesem Aufschiff vorbeigefahren stimmt's Chris was wir sind dran vorbei ähm ich esse mal lieber meine Pizza weiter habt einen guten Trip und seid vorsichtig im Schnee guten Appetit hä sind wir an der Stadt vorbeigefahren wie geht es dir mein Freund nicht schlecht ja ich bin so gut wie ein Mann sein kann mein Freund bist du für die Pizza hier nein suche nur nach ein bisschen Hilfe viel Glück wir labern erstmal den Opa an boah der frisst wie ein Schwein alter wie ist die Pizza du kannst mit der Peperoni hier bei Moos nicht falsch machen jeder besser erinnert dich an eine Geschichte also was bringt euch zu Moos wir kamen nur vorbei ihr habt eine gute Entscheidung getroffen hier anzuhalten kommt ihr oft hier her oh meine Güte ich gehe seit 85 zu Moos dieser Platz ist voller Erinnerungen ok interessant äh hast du irgendwelche Vorschläge? nimm den Käse oh dankeschön nur den Käse ist das irgendwie will er mir irgendwas damit sagen? nimm den Käse Digga ok Abend Leute sieht so aus als ob wegen der Kälte jeder Pizza möchte wisst ihr was ihr essen wollt? wir nehmen jeweils 3 Stücke ich nehme Peperoni, Käse und ein vegetarisches und für sie Fräulein oh Leute was soll ich machen? wir hören mal auf das was der Mitarbeiter gesagt hat und wir nehmen einfach nur Käse zweites Stück auch nur Käse auch Käse wollt ihr irgendwas zu trinken? das sollte reichen wir wollen nur die Pizza danke na gut 6 heiße Stücke kommen sofort das sind dann 22,50$ boah das ist aber schon teuer ihre Bestellnummer ist 27 setzen sie sich und wir werden ihnen Bescheid geben wenn die Pizza fertig ist alles klar Junge er läuft immer noch hin und her ne? so ach man das war ein Fehler der wird mich jetzt voll labern langer Schneider langer Schneider oh mein Gott er will angreifen Chat er will angreifen es riecht hier so gut oh Nora nein es tut mir so leid Leute was ah 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 okay 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 ich dachte schon ich dachte schon sie ähm die sagt ab aber Leute gibt euch mal was da schreibt friends tree ever Junge was ist was passiert hier fahr langsam und mach dir keine Sorgen ich bringe Harp schon dazu aufzubleiben sodass sie dich reinlassen okay sie verspätet sich einfach nur ein bisschen ist meine Pizza fertig? habt ihr euch neue Sprachnachrichten in der Gruppe angehört? ja hab sie gerade gesehen sieht so aus als würde sie zu spät sein das ist schade sieht so aus als müssten wir ohne sie mit dem Spaß anfangen der meint das alles zweideutig was können wir machen? tu nicht so als wüsstest du nicht was ich meine du ekelhafter Digga der will mich ficken Bestell Nummer 27 ihr seid gleich hier okay wir holen die Pizza geh weg geh weg von mir geh weg du darfst nicht hinter mir sein ich wünsche dir einen schönen Abend okay ihr seid fertig ja dankeschön ah wir essen hier okay aber was ist das bitte für eine Pizzeria wo du also was sind das für Leute die einfach essen ohne Getränk eigentlich müsste da eine Cola jetzt noch hin alles klar wir essen die Pizza oh man diese Pizza ist bombastisch kann gar nicht glauben dass Nora diese leckere Pizza verpasst was macht denn der da hinten Junge ich weiß wir essen weiter du isst wirklich den Randhub ey ich kommentiere das nicht mehr okay Leute ich meine das ernst ich kommentiere das nicht mehr es ist ziemlich verschwenderisch es nicht zu tun denkste du würdest doch aber auch nicht die Schale von einer Orange essen oder Mike halt deine scheiß Fresse du Hurensohn es reicht man lass mich doch einfach meine Pizza essen alter erstmal abchecken ob Fenster zu ist nicht dass meine Nachbarn mich hören boah boah dieser Typ nervt so hey meine Freunde Hallihallo Hallihallo ich habe gesehen wie ihr mit diesen netten alten Truck hier reingefahren seid das ist richtig ich möchte nicht nerven aber Entschuldigung ich möchte nicht nerven oder sowas aber ich bin auch die Straße entlang gegangen sieht wohl so aus als ob wir in derselbe Richtung mussten nein 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 wir müssen ihn sollen wir ihn mitnehmen Chat könntet ihr mich mitnehmen äh wo ist dein Auto wer braucht ein Auto wenn es auch Freunde wie dich gibt mit denen man die Zeit verbringen kann ihr würdet nicht mal wissen dass ich da bin leise wie eine Kirchenmaus und doppelt so nett der Bro wird unser Arsch sowas von aufreißen ich sag's euch wie es ist also was sagt ihr würdet ihr einen Freigeist durch diese verschneiten Straßen mitnehmen ey weißt du was ich habe so viele Horrorfilme gesehen da ist noch nie was passiert wenn man irgendeinen Fremden mitnimmt der vor allem so ne krumme Nase hat aber weißt du was du kannst mitkommen warte kurz halt deine Fre... bist du eifersüchtig? bist du eifersüchtig? denkst du nicht wir sollten über das hier reden? machen wir das nicht gerade? ich bin nicht sicher ob wir noch Platz haben ach man ja er hat recht nur zwei Sitze im Truck ihr könnt sicherlich ein wenig Platz für mich finden ich sitze in der Hitte ach was ich kann auch auf dem Bett sitzen es ist ja es ist das Auto meines Freundes tut mir leid Lady du willst mich doch verarschen kein Platz ich weiß dass es einen Sitz in der Hitte gibt Mitte hast du Angst vor mir oder sowas? Digger was ist denn das ein Problem? du bist wohl nicht so nett oder? unfreundliche Leute wie du lernen Unfreundlichkeit selbst kennen du bist lieber vorsichtig da draußen ok ich wollte ich wollte nur einmal nett sein und jemanden mitnehmen ja jetzt sterbe ich jetzt sterbe ich bedrohst du uns mein Retter ey jetzt darfst du aber wirklich nicht verkacken weil du bist grad richtig sexy man Mike so habe ich dich ja noch nie gesehen Mike nein nein ihr versteht mich falsch tut mir leid mir ist einfach nur kalt und ich bin müde danke Mike meintest du das ernst? wie kannst du einen Fremden in der Mitte von nirgendwo mit uns mitfahren lassen? Mike mach mich richtig fertig meine Nippel sind schon steif ich wollte nur helfen ja manchmal kann helfen dich in eine schlimme Situation packen Mike Mike rede weiter gib mir jetzt ne Schelle Mike bitte na gut Papa oh mein Gott ich nenn ihn Daddy ok Leute wir essen unsere Pizza zu Ende und wir machen weiter kannst du bitte nochmal machen meine Aufnahme ging aus aber gerne doch ok das wird ein bisschen zu behindert ich habe gerade mittendrin gemerkt was für ein idiot ich eigentlich bin oh ne neue Nachricht von Nora oh mein Gott oh mein Gott wie peinlich was ist das Herz xd Herz kann ich eigentlich antworten? ok das war gut na gut bist du bereit auf die Straße zu gehen vielleicht können wir noch wegkommen bevor der Schnee noch schneller wird soll ich fahren? gib mir die Schlüssel ich fahre Harb das Wetter ist schlecht warum fährst du nicht einen Teil des Wegs nach Hause? ich werde fahren dass du eine Pause machen kannst ich habe Angst was für eine Art von Pause du mir gibst Harb du wirst Angst haben wenn du mir die Schlüssel nicht gibst gut aber unter einer Bedingung was ist ich darf sobald oder wenn wir dort ankommen mein Schlafzimmer aussuchen ja Deal ich nehme die Schlüssel Dankeschön für die Schlüssel mein Lieber so schau mal wie der sitzt alter er war gerade so geil ich wollte ich war kurz davor ich war wirklich kurz davor seine Arschbacken so zu kneifen und jetzt sitzt er so wie so ein Fahrlehrer komm schon gehen wir ja wir steigen ein jetzt Frau am Steuerung also direkt auch Radio anmachen weil ich habe echt keinen Bock dass er mich voll labert jetzt 5.49 Uhr okay eine halbe Stunde ist vergangen wir waren eine halbe Stunde in der Pizzeria ich kann mich nicht konzentrieren ne boah das ist das ist Mut Leute ich habe es alles in Ordnung willst du das ich wieder übernehmen nein nein alles gut alles gut alles gut ich hätte einfach Mike fahren lassen sollen ich war nicht schuld wirklich oh Gott links oder rechts Woodbury ist rechts warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal wir dürfen nichts verpassen wir müssen auch mal nach links zuerst verpassen wir die Abzweigung sorry Bro ich bin eine Frau ich bin eine Frau ich bin eine Frau ich bin eine Frau aber hör auf mich anzuschauen Alter der guckt safe auf meine Brüste boah diese Musik ist ein Banger Ja Mike und ich im Badezimmer das ist echt ein Banger man Zuerst fuhr ich an unserer Hütte vorbei, ah scheiße, aber Bro, soll ich wissen, was meine Hütte ist? Ist es die Hütte? Und hier sollte es sein, dieses Lied ist glaube ich extra von Fierst du Fettheim, das ist glaube ich kein Lied, was es offiziell gibt Ich dachte, du fährst einfach weiter hier draußen, ja komm, wir sind, und hier sollte es sein Ich dachte, du fährst einfach weiter hier draußen, hä, das ist, und, hä? Wie steige ich raus? Ah, okay Es war eine kühle Nacht Dankeschön, Gentleman, wir klingeln mal Halte, linke Mausfasse zum Rutschen Leute, kann sich jemand an den Code erinnern? Ich erinnerte mich, wie Rick mir den Code zum Schlüsselbox geschickt hat 5178 Ah, 6 war richtig, okay Okay, wir haben die Schlüssel Wow, ey, das ist, das ist aber schön Was für ein toller Ort, ich wusste, dass wir uns auf dich verlassen können Es riecht so gut hier drin Ja, oder? Aber ich muss wirklich mal was loswerden Oh nein, oh nein, jetzt fängt es an Jetzt fängt es an Lass dir Zeit, Mike Kannst du das Essen in den Kühlschrank räumen, während ich weg bin? Klar, kann ich machen Headshot, Bitch Das Haus war gemütlich und gut eingerichtet Okay, das packen wir jetzt alles in den Kühlschrank Ich musste zuerst den Mini-Kühlschrank schließen, bevor ich ihn hochnehmen konnte Ja Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ah, hier oben ist die Milch Okay Eier Salat Was ist das? Joghurt Das war's, oder? Alles klar Ich muss jetzt Okay Ich bin fertig Puh, das tut mir leid, Harb Ist alles okay? Die lange Fahrt und die ganze Pizza haben mir echt zugesetzt Oh nein Alles gut Warte mal, ich muss wirklich pinkeln Du kannst gehen Ich fange schon mal an, unsere Taschen auszupacken Danke, dass du dich darum gekümmert hast, Harb Okay Wir gehen kacken Der Geruch allein sagte mir, dass Mike die Pizza wirklich zu schaffen gemacht hatte Boah Deswegen habe ich nur Pizza gegessen Also nur Pizza mit Käse Alles im Airjet Wir schreiben während ich pisse Rick Hey, wir sind eingecheckt Ich möchte es nicht zugeben, aber ich glaube, ich habe meine Hände nach dem Pinkeln nicht gewaschen Egal Hast du auch im Büro nicht gemacht Fühlst du dich besser nach der Fahrt? Viel besser jetzt Also Bereit, das Haus zu erkunden? Ja Gucken wir mal, was die Bude so zu bieten hat Nach dir Mike Okay, was gucken wir uns als erstes an? Das Wohnzimmer? Das Wohnzimmer ist größer als mein ganzes Apartment Okay Wessen Lagerfeuer ist cooler, Chad? Okay, hier wohnt so eine Frau Alles klar Hier ist so eine Art Abstellkammer Ein Oja-Board Was soll das? Nein, ich kann es sogar noch auspacken Nee, weg damit Oh nee, raus hier, raus hier, raus hier Raus hier Alles klar Die Küche können wir uns nochmal anschauen Da war ich Da hast du ja nicht viel gesehen Kannst kaum erwarten, hier später zu kochen Seit wann kochst du denn? Ich bin voller Überraschungen Zwinker Jetzt, Leute, an alle Mädels da draußen An alle Mädels da draußen, ja Stellt euch vor Euer Freund kommt in die Küche Und sagt so Ich freue mich mega Hier zu kochen Und du denkst dir so Bro, du hast seit drei Jahren nicht gekocht Und dann sagt er so Ich bin voller Überraschungen Ick Wir gehen mal hoch Wir gucken uns die Zimmer oben an Okay, hier ist so eine Art Abstellkammer Willst du das jetzt unbedingt hier sehen? Nö, ne? Ja, okay Du kannst mich auch gerne durchladen Nein, oder? Mike, bitte Mike Mike Mike, ich küsse dein Herz Mike Mike Mike, no Mike, komm auch keine Scheiße Lass mich durch Mike Mike Kann ich durch? Mike 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 Mike, bitte Mike, verpiss dich Mike Verpiss dich bitte Mike Mike, man Was bist du für ein Hund? Verpiss dich doch, Digga Du machst alles kaputt Bei irgendeinem viel zu fettem Teil Ist es mir auch ständig passiert Ich weiß nicht mehr was, ne? Okay, wir müssen neu starten Es tut mir leid, Leute Hoch Hier gehe ich nicht mehr rein Gute Nacht Oh mein Gott Hat er mich auseinandergenommen Oh hey, du bist hier Wer, wer bist du? Willkommen in meinem trauten Heim Ach, das ist dieser Nick Alter, Nick Du, ach man Du hast mir ein Leben auseinandergenommen gerade Was für ein süßes junges Paar Nein, nein, nein Wir sind kein Paar Wir sind nur Freunde Upsi Pupsi Upsi Pupsi Du bist 60 Ich Dummerchen Wir haben nicht erwartet, dass jemand hier ist Oh, ähm Ich war vorhin draußen und habe nach meiner Katze gesucht Da habe ich mich erinnert, dass der Fernseher nicht mehr richtig funktioniert Ich dachte nur, ich komme mal vorbei und versuche es wieder zum Laufen zu bekommen Die letzten Gäste haben sich bereits darüber beschwert Du weißt Man sagt, dass man seine Gäste wie Familie behandeln soll Meine Familie kann nicht ohne Fernseher Hey Mike Mike, bitte Schlag ihn Wo wir gerade davon sprechen Jetzt da ihr Leute Jetzt da ihr Leute da seid Lasst mich euch mein Zuhause zeigen Ganz kurz wann Warum war Mike hinter mir gerade wie so ein Mörder Der sah gerade aus wie so ein Mörder Jetzt gleich Ich wäre ein schlechter Hausbesitzer, wenn ich euch nicht die lange Tour geben würde Okay Der Gastgeber war ein Mann mittleren Alters mit nervöser Ausstrahlung Hier ist eure Dusche Mit so einem Ding fühlt es sich doch an, als würdet ihr unter einem Wasserfall im Amazonasdschungel baden Oh ja, safe Oh, dieses Waschbecken funktioniert leider nicht Macht euch keine Sorgen Ich werde das für euch bald reparieren Lasst mich euch nun das andere Schlafzimmer zeigen Wo ist hier eine Dusche, Mann? Will der mich verarschen? Hier ist gar keine Dusche Ach da? Oh, die ist schön Die ist schön Sieh nur, Harb Dieses Zimmer hat eine geile Aussicht Du denkst, das sieht gut aus? Hister? Warte mal ab, bis ich dir die Terrasse zeige Folgt mir jetzt bitte Okay Ach du Scheiße Ey, wir haben gerade zwei Männer im Haus, die mich töten wollen, ne? Die wollen mich beide tot sehen Wow Das ist aber schön Verdammte Scheiße Das ist unglaublich Definitiv Freut mich, dass es euch beiden gefällt Das ist einer meiner Lieblingsorte Der Blick auf dem Dach ist wirklich schön Und man kann dort auch super fischen gehen Alles klar, Leute Lasst uns wieder reingehen, bevor ich mich wieder erkälte Hey, der ist so klein Der ist 1,30 Meter oder so Ist ein süßer Opa, aber Hat mich nur fast getötet Digga, mach den Scheiß-Fernseher aus Ey, da geh ich nicht rein, Bro Ich hab schlechte Erfahrungen gemacht hier in dem Raum Ach komm, geh du als erster rein Hier ist der Lagerraum Wenn ihr irgendwas braucht, solltet Brauchen solltet Werkzeug, extra Decken Und was weiß ich Punkt, Punkt, Punkt Das findet ihr alles hier Wenn der Strom ausgehen sollte Dann könnt ihr diese Taschenlampe hier rechts von mir benutzen Stürme wie diese Man weiß ja nie Die brauchen wir wahrscheinlich nicht Vertrau mir Es ist immer am besten zu wissen, wo das Licht ist Boah Dass er das sagt mit diesen schielenden Augen Hat was Der Bruder hat Aura Alles klar, Leute Dann lasst uns mal nach unten gehen Mike ist so sass Mike ist so sass Alles klar, Leute Ich sehe, ihr habt schon den Kühlschrank mit leckeren Essen aufgefüllt Hier siehst du Einen Knopf Drehte ihn hoch Für mehr Kühlung Entrunter Für weniger Die Übersetzung ist noch nicht ganz so richtig Immer Im Winter halte ich ihn immer Recht weit unten Sonst gerät die Rechnung voll außer Kontrolle Wo wir gerade von Winter sprechen Ich sollte euch beiden wohl besser mal den Warmwasserbereiter zeigen Okay Oder gehe ich auf jeden Fall nicht runter Scheiße Die haben mich jetzt an den Eiern Nichts, worum man sich Sorgen machen muss Dort unten Nur der Warmwasserbereiter Und altes Grümpel Er hat einen ziemlich großen Tank Aber sollte er irgendwann mal aufhören zu laufen Dann drücke einfach den Knopf An der Unterseite Die Zündflamme springt dann sofort an Und alles sollte wieder normal sein Okay, also hier muss ich irgendwas drücken Wahrscheinlich das hier Aber ja Chilliger Keller Hey Sir, was hat es mit diesem Zimmer Dort drüben auf sich Nichts, dass es Das euch beide angehen würde Da sind Leichen Ich benutze diesen Keller eigentlich als Lager Mieter benutzen ihn nicht Sie bleiben lieber oben Okay Ich war nur neugierig Lass uns weitermachen No access to guests Ich könnte die Tür nicht öffnen Okay, okay Ja, geh hoch, komm Oh Scheiße Er hat mich erwischt Habe ich schon erwähnt? Naja Nein Vielleicht sollte ich das für mich behalten Der Typ, von dem ich das Haus gekauft habe Naja Hat mir erzählt Dass seine Mutter hier unten Gestorben sei Warum erzählst du das mir? Manche Gäste haben von Stimmen erzählt Die sie in der Nacht hören Sagten sie hätten dort unten Etwas schlürfen hören Ich will euch ja keine Angst machen Aber wenn ich einer von euch wäre Dann würde ich da echt nicht runter gehen Ach du Scheiße Und jetzt stellt euch vor Ihr seid eine Frau Zwischen diesen zwei komischen Männern Und der Bruder erzählt euch das Unheimlich Diese Gesichter die ihr macht Na komm schon Ich habe doch bloß einen Witz gemacht Einzelne Chat Das war kein Witz oder? Ab diesem Zeitpunkt war mein Ekelmeter Bei 6 von 10 Alles klar Leute Der Schneesturm wird immer schlimmer Ich sollte mich mal auf den Weg machen Muss noch die Katze suchen Danke Dass du uns alles gezeigt hast Hau rein Bro Ach ja Übrigens Jetzt kommt noch eine Story Hier war mal ein Mörder Wie war der Name auf der Buchung? Ich werde langsam alt Es heißt Sidney Ha Sidney Das stimmt Ein hübscher Name für ein hübsches Mädchen Ja guck nicht so Digga Ich habe mit dem nichts zu tun Geht es nur mir so Oder ist der Typ total komisch? Sehr sehr komisch Wie dem auch sei Lass uns mal schauen Ob was cooles im Fernsehen läuft Weißt du was? Ich denke Ich werde jetzt schnell mal duschen Cool Dann schau ich Was ich währenddessen anschauen kann Haha Lass mich wissen Ob es sich so anfühlt Als wärst du unter einem Wasserfall Was für ein seltsamer Typ Danke Ich bin bald zurück Okay Leute Wir gehen duschen Oh Shit him Shit him Leute Okay wir gehen jetzt duschen Weiter geht Oh 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 Jetzt gönne ich mir eine richtige Regendusche Und ich bin schon die ganze Zeit nackt gewesen Oh damn Jetzt ergibt irgendwie alles Sinn Okay nichts ist passiert Wir packen unser Handtuch Okay Was ist jetzt Okay wir gehen raus Alles klar Wir können Wir können ganz normal runter gehen Wir gucken jetzt Fernsehen oder Ich glaube umgezogen Habe ich mich schon Deswegen geh mal runter Er macht die wildesten Sidequests Digga Was machst du Warum hast du eine fucking Angel in der Hand Ey Hub Sieh dir das an Ich habe die Angel im Schuppen gefunden Lust uns das Abendessen zu fangen Jetzt wo du sagst Das wäre eine coole Sache Als Ergänzung zu diesem Trip Lass es uns machen Scheiße ja Komm mit Im Schuppen habe ich noch eine Angel gesehen Dann können wir es beide mal raus probieren Leute das ist irgendwie nicht sexy Ich weiß ja auch nicht Willst du die andere Angel mitnehmen Hub Ja gib mir eine Sekunde Ja Wo ist die Angel Hier Wo ist die Angel Ja wo ist die Angel Ah hier Oh wow Ich habe gerade ein super geiles Rezept Für gebackenen Karpfen gesehen Aber wir müssen Wir müssen drei Fangen Karpfen fangen Hast du das Zeug für diese Herausforderung Ja Naja zuallererst brauchen wir den Richtigen Köder für die Karpfen Sehe dir mal dieses Infoboard Für Lockmittel an Wenn du bereit bist Hol den Karpfenköder Und dann lass uns zum Bach gehen Wir fangen heute ein paar Carps Harps Hahaha Du Hurensohn Bitte mach keine Reime mit Mein Namen Boah das ist aber echt mega cool Ne Das hat geile Vibes Das sage ich euch Ich hoffe die Karpfen beißen an heute Ey Mike ist ein guter Ne Irgendwie Ey Ey ist mega cool Ich habe mich in ihn irgendwie geirrt Leute stellt euch vor Hier mit Manuelsen Hier mit Manuelsen Selohabi Und Und äh Mois Ich könnte in Ruhe sterben Ein Emra Livestream Wo ich einfach nur angel Und über wichtige Themen rede Über Über Gott und die Welt mit euch An einem Ort Wo ich einfach so ein bisschen Angel und chill Boah das wäre so ein geiler Stream Ne Das wäre echt ein geiler Stream Alles klar Hub Sie Sieht so aus Als hätten wir jetzt drei Karpfen Willst du zurück ins Haus Und sie im Ofen werfen Ja Können wir machen Ich bleibe hier auf jeden Fall Nicht mal eine Minute länger hier Oh scheiße Hier ist wieder Horrorstimmung Alter Was soll die Was soll der Mist Scheiß drauf Ist eh nicht mein Haus Wie soll ich die Kühlschranktür offen Während ich die Fische sauber mache Willst du schon mal mit der Marinade anfangen Ja Nimm einfach eine Schüssel glaube ich Und schmeiß alles zusammen Rein muss Ingwerpaste Merkt euch das Chat Ingwerpaste Speiseöl Schwarzer Pfeffer Salz Italienisches Gewürz Paprika und Joghurt Brauche erstmal eine Schüssel Ah hier Okay Salz ist das erste Hier Pfeffer Dann Paprika So ein Ey so ein Macher Leute Guckt mal was er macht Ein Mann So Alles klar Die Pasta Die Pasta da ist fertig Ey sein Mann Ich schneide jetzt das Gemüse Willst du währenddessen schon mal Den Fisch in die Auflaufform legen Und ihn marinieren Bin dran Machen wir Leute Machen wir Okay Zwei Fische Dann Marinade Boah Das schaut richtig lecker aus Und Gemüse Kannst du jetzt das Gemüse dazu tun Ich habe gelesen Dass es 30 Minuten bei 200 Grad backen soll Okay Okay wo ist Gemüse Okay Daddy Ach das meinst du Boah Skala 1 bis 10 Wie geil schaut das aus So in den Ofen Das geht automatisch Dieser Karpfen Wird fantastisch schmecken Wird fantastisch schmecken Komm schon Mike Gehen oh mein Gott Oh mein Gott im Keller Scheiße Leute ich mach das nie wieder Warum habt ihr mich dazu getrieben Diese scheiße Oja Porta auszupacken Pass auf die Spinnen Pass auf die Spinnen Oh mein Gott Ja okay Daddy Ich mach dich da aus Ach du Scheiße Okay dieses Licht Okay dieses Licht muss anbleiben Alles klar Oh mein Gott Der will uns tot sehen Okay Bist du bereit Wie dem auch sei Weißt du wie das funktioniert Harper Ja ich weiß wie ein Oja Port funktioniert Oh mein Gott Oh mein Gott jetzt geht's los Alles klar Dann du zuerst Sind hier irgendwelche Geister Die mit uns reden wollen Yeah Yes Hör auf Du machst das Das war ich nicht Okay ich hab eine Leg los Jetzt stell du mal eine Frage Komm Wie behandelt dich das Leben Nach dem Tod Kumpel Oh mein Gott Ey Respektiere mal Geister Junge du musst mit Respekt Du musst Geister immer mit Respekt behandeln Sonst Respektieren sie dich nicht Ich kann's dich jetzt ziffern Bist du freundlich gesinnt Die nächste Frage direkt rein Jetzt kommt No Jetzt kommt No Ah ich hab das auch in der Hand Ich bin an der Reihe Okay Was will er fragen Gib uns ein Zeichen Lass uns wissen Dass du hier bist Oh mein Gott Ah Da ist ein fucking Geist Da ist ein fucking Geist Mike Hast du dir in die Hosen geschissen Hier unten passiert gerade Verrückter Scheiß Hub Das war seltsam Du meinst seltsam Wie du mich verlassen hast Boah Das hat ihnen echt Minus Aura gegeben Was zur Hölle Hub Ich hab mir schon gedacht Dass du deinen Arsch Auch bewegen würdest Schon mal vom Kampf Und auf Fluch gehört Sidney Es tut mir leid Okay Was auch immer Komm weißt du was Ich geh jetzt nochmal runter Ich schau was da war Da drin ist jemand Wir machen immer mal die Dichter an Egal Wir gehen jetzt essen Wir gehen essen Ich glaube unsere Sendung läuft bald Willst du fernsehen Während wir das essen Ja Können wir machen Boah Das schaut wirklich sehr sehr lecker aus Ich bin echt gespannt auf das Essen Erstmal einen Schluck Sury Guten Abend Ja Mike Du brauchst nicht so zu schauen Ich komm doch Ich hab noch kurz was getrunken Weil du isst irgendwie immer ohne Getränk Schon vorhin bei der Pizzeria war es so Beeil dich Hab Wir verpassen die Sendung Lass mich meinen Fisch holen Oh ja stimmt Ich hab mein Essen vergessen Ich dachte ich kann bei dir mitessen Willst du den Fernseher anmachen Hab Oh ja stimmt Ja ja ich mach Fauler Sack Wo ist die Fernbedienung Gibt keine Das will er anschauen Lass uns die The next thing we prepare Is the mayonnaise We stir fry this In a pan With irish tofu Ich habe Angst, ich gucke mich die ganze Zeit um, ne? Ich kann irgendwie nicht in Ruhe essen und Fernsehen gucken. Und place es in den Oven. Okay, und während das kooken ist, können wir mit dem Appetizer starten. Gasoline-soaked Ramen. Now this dish is extremely hard to make. A dish only... Harp, das Essen war wirklich verdammt lecker. Und weil wir die Fische selbst gefangen haben, hat es gleich noch besser geschmeckt. Es war wirklich... Es war... Ne, komm, wir machen Fitna, es reicht mir langsam mit der Scheiße. Es war in Ordnung. Du musst mir das jetzt nicht so kaputt machen, Harp. Natürlich war es nicht wie Hose... Mose... Mose Pizza. Aber ich dachte schon, dass es gut geworden ist. Hey, wieder Mausai. Ich muss mal schnell meine Mails checken. Habe meinen Laptop oben liegen lassen. Dachte, wir nehmen mal ne Auszeit von der Arbeit. Es hat nichts mit Arbeit zu tun. Ich warte nur auf die Versanddetails für meinen neuen DS. Bin gleich zurück. Alles klar, ich räume dann hier auf. Bro, das erste, was ich mache, ist den fucking Fernseher auszumachen. Alles klar, wir räumen auf. So, okay, schön hier. Das Geschirr machen. Ey, ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ich weiß ja nicht, ne? Okay, das kann ich lassen. Oh, ich habe eine Nachricht von Michael. Von Mike? Warum schreibt der mir? Ich glaube, da ist jemand unter meinem Bett. Jetzt gerade. Kannst du hochkommen? Ach, du scheiße, Mike. Er will mich doch verarschen, oder? Mike? Mach keinen Lärm. Mach langsam. Okay, okay. Mike. 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 Ach, du scheiße. Mike. Mike, bist du da? Mike. Mike. Oh. Leute, ich bin fast 30. Mein Herz macht das nicht mehr mit. Ich werde in einem halben Jahr 30, Chad. Mein Herz kann das nicht mehr. Leute, wenn ich mitten im Stream einen Herzinfarkt bekomme, dann ist das wegen Mike erwischt. Was zur Hölle, Mike, Bro? Leute, ihr dürft nicht vergessen, ich bin eine Frau in dem Spiel. Ich habe dich so dran gekriegt. Ja, danke schön. Danke schön. Du bist der größte Macher hier. Wow. Das war lustig, oder? War nicht cool. Ach, komm schon. Das war doch nur ein Witz. Lust auf eine zweite Runde? Nein. Nächste Runde? Wie wäre es mit einer Runde Verstecken spielen? Er erschreckt mich zur Tode und will noch mit mir Verstecken spielen. Ja, okay, komm. Alles klar, du bist dran. Ich zähle bis 10. Ich verstecke mich im Keller. Ich verstecke mich im Keller. Oh ja, das steht sogar unten. Ich verstecke mich im... Nice, Alter. Direkt in den Keller. Direkt in den Keller, Chad. Oh, das ist eigentlich keine gute Idee, sich im Keller zu verstecken, aber egal. Ich entschied mich, mich in der Nische unter dem Teppich zu verstecken. Leute, man kann... Er kann mich hören. Er kann mich hören. Er kann mich hören. Er ist da. Er ist da. Pst, seid ruhig, Leute. Er kann mich hören. Er kann mich hören. Der Mörder kann mich hören. Ach, komm schon. Ich weiß, dass du hier drin bist. Ich bin da nicht drin. Pst, Leute. Pst, pst, pst. Pip, pip, pup, kaka! Ich war es nicht. Ich schwöre, ich war es nicht. Hab dich. Zum Glück war das kein Mörderjet. Das war noch nicht mal eine Herausforderung. Ich dachte mir schon, dass du gut in diesem Spiel bist, weil ich dich in der Stadt nie sehe. Vielleicht musst du besser schauen. Okay. Okay. Ich bin jetzt dran mit Verstecken. Du machst besser die Augen zu Und fängst an zu zählen Mike versteckt er sich Okay Leute, wir machen die Augen zu Eins Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Bereit oder auch nicht? Ich komme jetzt Er ist auf jeden Fall nach oben Draußen vielleicht? Also im Wohnzimmer Ist er nicht? Ich guck mal hier Hier ist er auch nicht Wo ist er? In der Küche ist er nicht Boah, wer im Kühlschrank? Hier ist er auch nicht Hier in diesem Zimmer Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst? Gefunden Warte mal Ich glaube ich glaube ich habe oben was gehört Gehört Ich brauche hier Ich brauche irgendwie so ein Hocker oder so Was? Was? Wieso ich als Frau hier nachschauen muss überhaupt Ist zwar eine gute Frage, aber Egal Hallo? Ach die Katze Die Katze Ach du kleines süßes Ding Du hast mir so Angst gemacht Mann Oh Mann Was machst du da oben? Was machst du da oben? Du kleines süßes Ding Komm mit Komm mit Wir bringen dich runter Mike Sidney ist alles okay? Was war da oben? Da war nur eine Katze Ah Siehst du wohl aus Als wärst du nicht die einzige Pussy hier Hier Punkt, Punkt, Punkt Was meinst du damit? Es war nur eine Katze Oh Mann Was für eine Erleichterung Ich hatte echt kurz Angst Ich glaube sie hatte Hunger Ah ja Vielleicht können wir ihr noch etwas von dem Karpfen geben Wenn ich dich nochmal gefunden habe Nein, oder? Ich entschied mich Im Geräteschuppen Im Garten zu verstecken Bro, wie spielen So ein Kind, Alter Wieso spielen wir überhaupt weiter? Folsche Seite Wir müssen raus Wir müssen raus Wir müssen raus Schnell Mike darf mich nicht sehen Neue Runde Schauen wir mal Ob er mich sehen wird Wo ist der? Da ist er Der Idiot Der Idiot Scheiße Er kommt Er kommt Er kommt Er kommt Fuck 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 Nein Er hat mich Hab Was ein bisschen gedauert hat Bis du gemerkt hast Dass du das Haus verlassen hast Alles was getan werden muss Hat es verdient Hab Hat ein bisschen gedauert Bis ich gemerkt habe Dass du das Haus verlassen hast Alles was getan werden muss Hat es verdient Gut gemacht Ich bin dran Mach jetzt endlich Diese hübschen Augen zu Okay Leute Wir suchen ihn noch einmal Wir suchen ihn jetzt noch einmal Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Bereit oder auch nicht Ich komme jetzt Oh ich hab ihn gehört Er ist glaube ich hier durch Ich glaube er ist durch die Tür Ich hab's gehört Hat sich das wie die Tür hier angehört Ja Er ist auf jeden Fall hier durch Ey wehe Der hat sich jetzt im Keller versteckt Ich gucke im Keller als letztes Komischer Ort Wirklich Ich hab irgendwie ein ungutes Gefühl hier Emra live Spielt ein Horrorspiel Wo hundertprozentig etwas passiert Er redet so als Hätte er keine Ahnung Was heute hier passieren wird Leute ich glaube das ist ein Horrorspiel Okay Alter wenn er sich im Dachboden versteckt hat Aha Hört ihr das Mike Ich weiß dass du hier bist Leck mich am Arsch Boah man Ey Hört mal auf mit der Scheiße Oh Was ist hier los Was ist passiert Oh Hallihallo Ich kann nicht mehr Wieso zur Hölle bist du schon wieder da drin Ich wollte den Wasserhahn reparieren Hast du ein Problem damit Ich habe noch nie jemanden Einen Wasserhahn mit einem Hammer reparieren sehen Hast du schon ein paar Wasserhähne selbst repariert junger Mann Oh Hast du gut erkannt Mike Hast du gut erkannt Dachte ich mir schon Dass du das noch nie gemacht hast Also was Du auch keine Also hast du auch keine Ahnung Was für Werkzeuge man braucht Was Wie lange bist du schon hier Bin vor ein paar Minuten hier angekommen Wenn du irgendwas gehört hast Dann muss es wohl Die alte Dame gewesen sein Erinnerst du dich noch Hehehe Hehehe Ah ok Die Geschichte die er erzählt hat Hör zu Wir müssen jetzt echt ins Bett gehen Forderst du mich etwa aufzugehen Fräulein Hä Was ist mit dem los Nein Rick Sie versucht nur höflich zu sein Wir haben dieses Ferienhaus gebucht Und wir würden es gerne auch nur für uns haben Wir wollen wirklich keinen Stress Und die Polizei rufen Mike bitte Ich regle das Hier gibt es keine Bullen in Woodbury Mein Sohn Glaubst du Dass sie den Hausbesitzer verhaften Weil er den Wasserhahn reparieren will Ich wollte nur ein bisschen was reparieren Wenn ihr damit nicht umgehen könnt Dann ist das euer Problem Und nicht meins Weißt du was Wenn ihr lieben Leute Mich nicht den Wasserhahn reparieren lassen wollt Dann könnt ihr es auch gerne selbst machen Boah der ist sauer ne Ey Mike Lass mich die Tür abschließen Ja Mike geh komm Der Wasserhahn funktionierte nicht Leute eins in den Chat Ist der Mann Sass Ist der Mann Sass Glaubt ihr er hat was Also glaubt ihr er ist so ein komischer Nachdem wir die Tür abgeschlossen hatten Diskutierten wir Was sie tun sollten Wir einigten uns von Anfang an Dass etwas mit Rick Nicht stimmte Es schien so als würde er gerne Ausreden erfinden Und unangekündigt vorbeizukommen Ja und jetzt Passt auf was ich sagen werde Ich bin Embra live Leute Ich habe es aber euch Ich habe es Ich habe bei solchen Spielen Immer recht Der Bruder Wohnt im Keller Merkt euch meine Worte Am Ende her entschieden wir uns Dass Rick zwar seltsam Aber harmlos war Wir schrieben dieses Verhalten Zu seinem Mangel an sozialem Bewusstsein Sieh mal Sieh mal Sieh mal Wir sind Schon den ganzen Weg Nach hier draußen gefahren Lass uns das Ganze einfach genießen Sagte Mike Aber zu diesem Zeitpunkt Fühlte ich mich schon sehr müde Ich entschied mich dazu Mich etwas hinzulegen Wo ist eigentlich meine Freundin hin? Ist sie immer noch nicht da? 11 Uhr 39 PM Okay ich habe mich ein bisschen hingelegt Es ist dunkel Ich fühle mich ein bisschen benebelt Oh Jemand klopft an meiner Tür Harp bist du noch wach? Schwierig Schlaf zu bekommen Wenn jemand an der Tür klopft Ist es okay wenn ich reinkomme Ich muss über was reden Harp Er will einfach Er will mit mir im Bett sein Es ist so billig Es ist so billig Das funktioniert nicht Doch das funktioniert Komm rein Zieh dich aus Mike war im Zimmer Der Sturm wird immer schlimmer Langsam kann ich den Truck Gar nicht mehr in der Einfahrt sehen Ich hoffe Nora geht's gut Bei ihr ist alles in Ordnung Sydney Mach dir keine Sorgen Ich beschütze dich Ich habe gerade gesagt Ich hoffe bei Nora ist alles gut Er sagt Ich beschütze dich Was hat das mit mir zu tun? Was? Hey Ist gar kein Problem Männer sollten doch auf die aufpassen Die ihnen wichtig sind Richtig? Was redest du? Was für ein Tag Was? Das war nicht unbedingt Wie ich gedacht habe Dass dein Ausflug Dass so dein Ausflug Laufen wird Sydney Es war seltsam Oh mein Gott Er will gerade risen Habt ihr seinen Blick gesehen Wie er sich so an die Seite gedreht hat? Er will risen Und mir gefällt's Sieh dir diesen Typen an Er wandert einfach ums Haus herum Als ob ihm die Bude gehört Naja Die Bude gehört ihm ja Du weißt was ich meine Sydney Er sollte nicht einfach hier Einfallen Wenn auch immer Wann auch immer lustig ist Wir haben das verdammte Ferienhaus Gemietet Ich meine Der Typ ist bestimmt harmlos Aber trotzdem Ich bin durcheinander Du hast es mir auch schwer gemacht Mit dir umzugehen Du hast recht Sydney Tut mir wirklich leid Alles gut Wo ist der Typ? Warum setzt du dich nicht zu mir Sydney? Bro diese Position Bro Er greift an Er greift an Warum setzt du dich nicht zu mir? Sydney Würdet ihr bei mir ja sagen? Oh Gott Ich muss das tun oder? Oh Gott Wir müssen Oh Gott Das ist so unangenehm Mike Bitte Diese Position Ich Ja komm Ich setze mich zu dir Komm Mike Das ist echt unangenehm Bitte Versuch jetzt nicht mich zu küssen Oder so Harp Weißt du Oh Gott Es fängt an Ich hab das Vermisst Uns Das Wie wir einfach nur reden Es ist echt lange her Weißt du Oh Gott Du musst heute Nacht Ach ja Dann lass mal hören Ich weiß noch Mal die Sorgen um die Details machen Sydney Mike Ich glaube jetzt ist kein guter Zeitpunkt Warte mal wir haben eine Nachricht von Dingen SOS bitte Okay Ist das ein Uwugirl Sie redet halt so ne Sie redet so die ganze Zeit Oh wir müssen sie abholen gehen Wie machen wir das Mike was machen wir Was für ein Timing was Aber wir können Laura nicht einfach dort stehen lassen Wir sollten uns besser fertig machen Wir müssen sie abholen Nein Sydney Du bleibst hier und schläfst ein wenig Es macht keinen Sinn Dass wir uns beide Den Hintern abfrieren Bist du dir sicher Ja Ich bin mir sicher Du hast schon deinen Schlafanzug an Und ich bin noch in Straßenklamotten Du machst es dir gemütlich Und ich gehe Gehe Nora helfen Das ist sehr nett Mike Okay Leute Das ist der Zeitpunkt Wo wir sterben werden Ich tue immer gerne Dinge für dich Sydney Bitte sei vorsichtig Wenigstens haben wir den Bruder los Alter Aber wenigstens sind wir den los jetzt Wir reden später darüber okay Schlaf gut und halte dich warm Ich denke an dich währenddessen Wenn du denkst Dass wir wirklich müssen Okay Ich habe diese Antwort jetzt nicht gecheckt Aber egal Wir gucken ob er wirklich raus geht Okay Weil ich habe irgendwie so ein Gefühl Der wird mich wieder besuchen Fahr weg Hey Wieso versuchst du nicht ein bisschen zu schlafen Während ich weg bin Ja ich denke Ich lege mich ein bisschen hin Hör zu Pass auf dich auf okay Verschließe alle Türen Du hörst dich an wie mein Dad Kannst du es mir verübeln Bevor ich gehe Wie wäre es mit einer Umarmung Ich meine Nur für den Fallen Wenn du schon schlafen solltest Wenn ich zurückkomme Ich könnte jetzt Irgendeine gebrauchen Wir umarmen ihn okay Wir umarmen ihn Leute Du riechst nach Koriander Süße Träume Versuch zu schlafen Sidney Fahr vorsichtig Mike Okay Leute Wir gehen schlafen Wir gehen schlafen Ich Erstmal kontrollieren Ob er wirklich wegfährt Okay er ist wirklich weggefahren Ich wollte unbedingt ein bisschen schlafen Bis Mike und Nora ankamen Okay wir gehen schlafen Jetzt beginnt der Horror Freunde Jetzt beginnt der Horror Ich sagte zu mir selber Es würde besser werden Wenn ich etwas Schlaf bekomme Nora wusste immer Wie sie mich aufheitern konnte Und ich hatte das Gefühl Als bräuchte ich das langsam stündlich Da sie bald ankommen sollte Wollte ich noch ein wenig Schlaf abbekommen 12.39am Eine Stunde ist vergangen Okay ich bin wieder aufgestanden Oh klingel 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 Ist das Mike Er hätte doch die Schlüssel Jemand war an der Haustür Hallo wer ist denn da Der Gedanke Scheiße er hat gesehen Wie ich ihn an Oh mein Gott Er hat gesehen Wie ich durchgeschaut hab Ich habe nicht dort gesehen Mein Freund Bitte öffne die Tür Ich komme hier vor Kälte noch um Oh Gott Scheiße was soll ich machen Ich rufe die Polizei Ich brauche ein Telefon Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich mach die Tür auf Komm Hallo wer ist da Hör zu mein Freund Ich weiß es kommt nicht so gut Wenn ich mitten in der Nacht An deine Tür hämmere Aber ich befinde mich gerade In einer eher schlechten Situation Ich habe mich auf eine Mitfahrgelegenheit Von meinen Freunden verlassen Aber sie kommen zu spät Und werden auch in den nächsten Zwei Stunden nicht hier sein Ich lasse dich nicht rein Ende der Geschichte Punkt 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 Willst du mich verarschen Ach du Scheiße Das ist ein Mörder Du lässt mich hier draußen Doch nicht erfrieren oder Ich habe dich nicht gezwungen Während einem Schneesturm Nach draußen zu gehen Ich dachte mir schon Dass du hier auch so eine Hure sein würdest Wie du in der Pizzeria warst Das ist der Typ von vorhin In der Pizzeria Bitte was Meinst du ich habe dich nicht gesehen Wie du voll mit deinem Liebhaber Am Bach fischen warst Ich dachte vielleicht Du würdest mir jetzt eine Chance geben Aber sieht wohl so aus Als wärst du immer noch Unhöflich Dieser kranke Motherfucker Verschwinde oder ich rufe die Polizei Hier gibt es keine Bollen Wo wir gerade darüber sprechen Ich sehe gar nicht den Truck Deines Freundes hier draußen Oh mein Gott Mein Freund holt doch gerade Meine Freundin ab Ich rufe jetzt die Polizei Na schön Wie du willst Oh mein Gott Oh mein Gott Wo ist das Telefon Ich muss die Polizei rufen Wo ist das verdammte Telefon Er ist immer noch draußen Scheiße Aber lass mich dich was Aber lass mich dir was erzählen Du bekommst schon noch was du verdienst Weil du mich hier draußen stehen hast Weil du mich hier draußen stehen lässt Karma ist ein Missstück Mein Freund Scheiße Wir rufen die Polizei Wir rufen die Polizei Aber wo ist das Telefon Ich war so müde Der Mann an der Tür Interessierte mich gar nicht Hä Was Okay dann gehen wir schlafen Alles klar Ich konnte meine Augen nicht offen halten Ich brauche ein bisschen Schlaf Achso du meintest Die Lichter in der Wohnung Achso Was war das für ein Geräusch Was war Was ist Oh mein Gott Ist Mike zurückgekommen Und wurde dann Verbrückelt von dem Mann Ach du Scheiße Jemand hat einen Schneeball geworfen Ab diesem Zeitpunkt Hatte ich keine andere Wahl Als nach Hilfe zu rufen Aber wo ist dein Telefon Leute wenn was ist Wo soll ich mich verstecken Ich schreibe Rick Rick Es tut mir leid dich nochmal zu stören Aber könntest du einmal vorbeikommen Da ist jemand Wir haben ihn während der Fahrt getroffen Er hat gegen die Tür geschlagen Und mich dann bedroht Ich habe ziemliche Angst Und ich glaube Ich höre ihn ums Haus schleichen Könntest du bitte nachsehen Du wohnst doch nicht so weit weg Hoffentlich antwortet der Ich bleibe erstmal hier oben Ey komm schon Antworte Rick Fernseher gucken Jetzt wäre keine gute Option Er schreibt nicht Leute Er schreibt nicht Rick Ich habe deine Katze Auf dem Dachboden gefunden Sie war sehr lecker Mit noch einem Warte Noch mit einem Sehr provokanten Smiley Okay Leute Wir gehen runter Fuck Jemand klingelt Oh Gott Wer könnte das sein Wer könnte das sein Ich erkenne nichts Wie ist das Oh es war Rick Mach die Tür auf Fräulein Ich bin's Rick man Was zur Hölle geht Vorsicht Was zur Hölle geht Hier vor sich Ey Rick Danke dass du da bist Ja Gott sei Dank Du bist hier Ich erkläre ihm die Situation Ja ich kam so schnell Ich konnte Ich würde mir um ihn Keine Sorgen mehr machen Oh mein Gott Was hast du gemacht Warum hast du einen Hammer In der Hand Fühlte mich immer noch Nicht sicher Ach ja Wo ist dein Freund Der Typ der vorher noch Bei dir war Mike er ist losgefahren Und holt gerade eine Freundin Also bist du hier im Moment Gerade alleine oder Ach du Scheiße Schon Da ist ja auch schon Der nächste ne Ja aber meine Freunde Sollten bald zurück sein Okay Ach Scheiße Was hast du vor Stürme wie diese Bringen die selbstsamsten Menschen zum Vorschein Nicht alle wissen Wann sie besser Weiter gehen sollten Er denkt gerade Er ist mein Charakter Warum Warum hat mir Rick Geschrieben Zurückkommen Was meinst du Ich wohne in Burlington Ich war schon seit Wochen Nicht mehr im Ferienhaus Hey Hey Das ist nicht Rick Ist alles okay Fräulein Äh Ja Verdammt spät Um jemanden zu schreiben Nicht wahr Mit wem sprichst du Es sind meine Freunde Sie sind fast da Ist das so Ja aber danke fürs Vorbeikommen Mir geht's jetzt wieder Viel besser Du kannst wieder zurück Nach Hause wenn du willst Bist du dir sicher Ja aber ich hab Ich hab einfach überreagiert Vielleicht sollte ich hier bleiben Sicher gehen Dass wirklich alles in Ordnung ist Soll ich Ich sag du bist nicht Rick Komm Wir 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 sagen's direkt Was hast du gerade gesagt Du bist nicht Rick Das ist mein verficktes Haus Ich gehe wann ich will Verschwinde Sonst rufe ich die Polizei Ich glaube nicht Wenn hier jemand das Haus verlässt Dann wird es einer von uns zweien sein Ich verstehe die Drohung ehrlich gesagt nicht Er macht die Tür zu Ich versteck mich Ich versteck mich Ich versteck mich Oh Gott er kommt Er kommt Er kommt Wir müssen ruhig sein Leute Er kommt gerade Scheiße Scheiße Leute Er sucht mich Er kommt Er kommt Wir müssen ruhig sein Leute Er kann mich durch mein Mikro Wir müssen ruhig sein Seid alle ruhig Okay Leute Diesmal sind wir ruhig Diesmal machen wir keine Scheiße Diesmal sind wir ruhig Diesmal sind wir ruhig Bitte mach die Tür auf Bitte Nein Hey Wir rennen Wir rennen Wir rennen Wir rennen Wir rennen Nein 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 Wir rennen Aber wohin 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 Oh Gott Er hat alles zugemacht Er hat alles zugemacht Auto 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 Sehr stark Sehr stark Sehr stark Was hier passiert Oh Nicht dass er die umbringt Nicht dass er die umbringt Die Klingel Die Klingel Die Klingel Scheiße Scheiße Okay ab zum Dachboden Hier ist der Dachboden Weg Weg Richtiger Opa Okay, jetzt bin ich auf dem Dachboden Gott sei Dank, Alter Gott sei Dank Ich will irgendwie rausgucken Er kriegt mich aber nicht Er kriegt mich so nicht Nein, 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 nein Das war richtig schlau von mir gerade Das war richtig schlau W in den Chat für Emra Live W in den Chat für den besten Streamer Deutschlands Okay, okay, okay Abhauen, 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 abhauen Okay, 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 okay Diesmal, diesmal verkacke ich nicht, Chat, okay Okay Okay, hier müsste ich jetzt in Sicherheit sein Ich hoffe, das klappt Aber es ist halt offen, ne Der wird mich halt jetzt halt hops nehmen hier Oh, er hat mich nicht gesehen Geil, geil, geil Er hat mich nicht Jetzt muss ich irgendwie rauskommen Oh mein Gott, das war sehr gut von euch Dass wir hier Auf dem Dachboden chillen Er klingelt immer noch Wir machen mal kurz das Licht an Der ist unter mir Ich höre ihn noch Er ist unter mir Er ist genau Scheiße, die Katze Du Dreckskatze, Mann Oh Gott, meine Freunde sind draußen Ich habe gerade mit den anderen Gästen am Telefon geredet Ich habe 911 angerufen Okay Rick, der echte Rick hat die Polizei angerufen Was mache ich jetzt? Ich glaube, er ist weg Ich glaube, der Fake-Rick ist weg Der Mörder Ist er noch unter mir? Er ist nicht mehr da, Leute Soll ich runter? Wir gehen runter Suchen viele Einser Oh mein Gott Wir sind aber langsam Wir gehen langsam Wir gehen langsam runter Ich glaube, der Fake-Rick ist abgehauen Das ist die Polizei Oh, meine Freunde Oh, der Fake-Rick ist gerade noch abgehauen Boah Ich erzähle ihnen alles, was passiert war, nachdem Mike gegangen war Der Sturm hatte sich ein wenig beruhigt, als sie ankamen Und natürlich, der Typ war nirgendwo zu sehen Stark, Digga, wir haben es überlebt Stark Wir sind zwar ungefähr 17 Mal gestorben, aber wir haben es überlebt Die ganze Nacht spielte sich immer wieder in meinem Kopf ab Wir dachten, dass der Mann, den wir sahen, insgeheim in der Hütte lebte Wenn sie nicht benutzte Ich wusste es, der hat hier gelebt Ich habe zwar Keller gesagt, aber es war tatsächlich die Hütte Und plante uns während unseren Aufenthalt auszurauben Aber die Polizei dachte, dass der Mann noch andere Ambitionen hatte Als nur uns auszurauben Ja, der 100% Rick fragte mich, wie der Mann aussah und stellte danach keine weiteren Fragen mehr Wir glaubten, dass er mehr wusste, als er zugab Oh Aber am Ende gab er uns unser ganzes Geld zurück Bestimmt sein verschollener Bruder, oder so Starkes Spiel, Freunde Ein Hammerpart Vierst du fette Ein wirklich sehr, sehr geiler Part Sehr, sehr geil Die werden immer besser Die werden immer besser Freunde, ihr dürft jetzt sagen Sehr geiles Spiel, wirklich Zehn von zehn Vierst du fettem Sehr geil Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, meine lieben Freunde